so attacke oder verteidigung was tun wir tun wir attackieren und da würde ich ich muss zunehmen wir finden sie noch 5 5 5 5 5 5 Okay, Anna dead, I switch. Anna dead, go, go, go. Go, push, go, push. Okay, I go on the points. Follow me, go, 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 I'm on the points, go, go, go. The mercy first, please. She's low. The mercy. Okay. Okay. Mein Gott, ich drück mir hier die Finger rund an den Tasten. Himmel, was für eine, was für eine Klopperei hier. Schmälgerei. So, wir haben die Fracht, wir haben die verdammte Fracht. Und ich setze mich da jetzt drauf. So, wir sind alles gut. Ja, es wird massiv. Okay, wir sind just for kids Genji. Genji being this. Genji hinter uns ignorieren wir mal, der kommt sowieso nicht mehr. Genji dead. Mein Gott, die gehen hier ganz schnell runter mit ihrem Lebensbalken. Okay, die hat es mir jetzt gegeben, die Farah mit ihrer Ulf. Die hat es, glaube ich, nicht nur mehr gegeben. Können Sie den linken, bitte? Merci Lo, Merci Lo, bitte. Aber das ist ein wunderschöner Dialekt. Diese Dame, die da gerade die ganze Zeit so mit einem wunderschönen französischen Dialekt spricht. Oh, das ist doch sehr schön. Merci Lo, Merci Lo. Oh, ich könnte das den ganzen Tag lang hören. Oh, das ist genau diese Dinge. Merci Lo. Rein hat Lo. Wir gewinnen. Oh, Victory. Oh, oh. Äh, 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 äh. Wo ist denn hier jemand hinter uns? Oh, wow. Danke, Mann! Mein Lieber! Nice, super gut! GG Mein Gott! Wow! Das war wirklich ein guter Job! Wtf? Ich hatte nie 6 Leavers auf dem anderen Team. Ja, ne, hatte ich noch nicht. Ich hab neulich gefragt, neulich hab ich ja gefragt, ähm, was passiert eigentlich, wenn 6 Leute lieben, ja? Und jetzt haben wir es gesehen, das Spiel ist einfach vorzeitig zu Ende. Wie soll es auch anders sein? Aber wie gesagt, das hatte ich noch nie. Aber ein Sieg ist ein Sieg. Und ich freue mich über jeden einzelnen Sieg, den ich habe mit meinem Team. Team. Es gibt wieder Punkte für goldene Waffen und eine neue Saisonbestleistung. Yay! Ja Leute, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wie immer würde ich mich natürlich über Likes und Kommentare dazu freuen. Ähm, ihr könnt auch einfach mal drüber nachdenken, mir ein Abo zu geben. Das hilft mir weiter. Und ihr werdet natürlich auch informiert, sobald es ein neues Video von mir gibt. Bis zum nächsten Mal!